Jeder hat ein Recht auf eine eigene Meinung, aber nicht auf eigene Fakten. Doch wenn Fakten fehlen, bleibt am Ende Meinung gegen Meinung stehen. Welche Maßnahmen haben funktioniert in der Corona-Pandemie und welche nicht? Das sollte eigentlich der Sachverständigenbericht klären, der am Freitag vorgelegt wurde. Doch leider hat er genau das nicht getan. Und dafür können die beteiligten Wissenschaftler exakt gar nichts. Denn Wissenschaft liefert dann Ergebnisse, wenn sie Daten auswerten kann. Nun kommt das Wort Daten in dem Bericht genau 234 Mal vor. Leider geht es fast immer um Datenmangel, unzureichende Daten, eine imperfekte Datenlage oder Daten, die ab jetzt nun wirklich mal erhoben werden müssen. Schon 2001, also vor mehr als 20 Jahren, hat das Robert-Koch-Institut angemahnt, dass man die Wirkung von Pandemie-Maßnahmen dringend vorbeugen untersuchen sollte. Passiert ist nichts. Also, wirken Schulschließungen? Helfen Lockdowns? Tja, irgendwie Pech, dass diese Maßnahmen nicht von Anfang an wissenschaftlich begleitet wurden. So konnten auch die Sachverständigen diese Fragen nicht abschließend klären. Ich könnte schreien. Laut und lange. Denn durch dieses Nicht-Ergebnis sieht sich wieder jede Seite in ihrer Meinung bestätigt. Die Maßnahmengegner sagen, seht ihr, es ist nicht erwiesen, dass die Maßnahmen wirken. Die Maßnahmenbefürworter sagen, es ist aber auch nicht erwiesen, dass sie nicht wirken. Ich sage, ich will Daten und Fakten sehen. Sonst klebe ich bald an jedes zuständige Ministerium das Schild. Wir können alles. Außer Daten, Fakten und Pandemie. Musik Musik Musik